Wir unterstützen SUK, den Spark herne ich persönlich sehr gut und ich bewundere es, was die auf die Beine stellen. Dazu kommt der Stippschitz, ein Top-Kabarettist natürlich und in der Kombination ist es für uns das optimal. Da engagieren wir uns und unterstützen das Ganze. Also Sie in der ersten Reihe mit dem blauen Polo, Sie sagen mal, Forscher auffüllen, wie ich gekommen bin, Ihnen würde ich sofort einen Staubsauger abkaufen. Sie sind nämlich auch so ein Staubsauger-Typ. Das entweder man hat es oder man hat es nicht. Das kann man nicht lernen, was sie haben. Da ist mehr knapp, da will ich es auch klarer zunehmen. Da kommt einfach eine positive Energie auf und das will ich damit sagen. Das ist schön. Herr Stippschitz, ich kann Ihnen nur eines sagen, ein Haus in dieser Lage, um diesen Preis, finden Sie so selten wie einen nüchternen Breitekamm auf einer kroatischen Hochzeit. Soll ich Ihnen? Das steht im Bauern vor. Das heißt, es soll mir nicht bei uns mal ordentlicher Dolm sein, wenn er sich so eine windige Hütte kauft. Künstler ist ja gerade ein Schauspieler. Irgendwas Unnötiges. Allein der Name von dem da. Stimmschitz, was hast du denn das? Was hast du das? Das heißt, Rau nix. Nichts. Im Gegensatz zu mir, ich habe ja einen klingenden Namen. Zeig es mir einen Staubkaufen. Der ist fliegt. Warte mal. Ich fahre nirgends mehr wohin. Ich habe nicht schon alles gesehen von der Welt. Hör auf! X Kulturreisungen gemacht von meiner Frau. Jordanien, Chile, Kambodscha, Thailand. Gut, da war ich allein. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, Geh, Schatz, die Buddha-Tempel interessiert dich doch nicht. Er traut ein bissel, gell? Ich fahre nirgends mehr wohin bei der Joe. Peace. Alles gut. Also übrigens, das Arschloff, was er die Scheiben zusammengeschossen hat, war nicht eh, gell? Das war der Stockhofer. Aber weißt du, ich sag immer, Shit heavens. Weißt du, was für ein Shit ich meine? Verständlich. Josef Feichtinger. Aber alle nennen ihn hier einfach Joe. Religionslehrer außer Dienst mit enormem Hang zur Pflanzenwelt. Jetzt schießt es mir komplett. Der eine isst keine Pizza, der andere lieber Döner. Der Strache Finner Schnitzel, weil er findet, dass wir schöner. Finner Blut ist gut, wenn nicht aus Nasirinnen tut. Mit Glatze-Tee und Penbul-Pusche sagen mir nix am Hut. Du Mut, sind schon ein Typ. Der Strache ist nur selten. Klinge, Kicke, Ducke, Nicke, gib Ruhe und trinke, Ficke. Hadi, Hadi, der Strache redet voll Scheiß. Und da, Hadi. Hey, was machst du denn du da? Mutti-Foti, mit Deci sei für Schupe. Fule-Bati, Pistrufu, Madre Nufa. Hadi, Gadi, Gadi, Gadi.